so was macht man eigentlich nicht zurückfahren zum einparken ich drehe um drei volle schiffe also bei euch ja klar und da drüben nur zwei das schweizige weg von innen oder muss ich in die ecke von ich habe mich nicht gesehen ist weg in der anderen insel jetzt glaube ich geradezu da sind die flugzeug träger ist gerade zuhören kommen noch die torpedos her die torpede brauchen wir jetzt wieder kommen noch hierher ich dachte du meinst die schiffe ne ne ich bin die im flugzeug zu steuern ne der ist hinten doch der flugzeug träger ja einer ist da hinten geradezu in der in richtung ziehen sofort nicht weiter geradeaus fahren ja mach ich schon sofort bisschen zu spät ja du drehen wir mit der kiste ja deswegen hätte ich jetzt sofort drehen müssen da hinten ist dieser scheiß flugzeug träger mann ich weiß es doch ja da ist er ja jetzt sag ich doch da kommen die anderen aber jetzt auch ne also ja ist mir scheißegal jetzt ich muss ja jetzt auch was machen der macht den linken wie weit kannst du schießen 13 ja dann macht den linken flugzeug träger der hat nur ein 3163 ja ok auswiegstens ein weg ah und insen oh gott eventuell noch bewegen weg naja ist doch gut ja am berg an die nie wollen ja ich hab mal noch torpedos irgendwo der ist nicht naja da haben noch torpedos raus komm sag ichs zum cuten alter und jetzt vollhörst nach vorne bringt mir auch nicht ich krieg das voll an den entgriffen dann kann ich jetzt machen wo sie will hast du keine mehr keinen kontrollteam ne und tschüss naja egal ich hab meinen abgeschossen tsch ja das müsst ihr ja jetzt schaffen wo sind denn die anderen jetzt hier paar loschen schiffe da ha mann hätte ich es doch eher gewusst da war ja das ich wusste das ja los das ist aber auch schlecht eh obersteiner also gleich weg nein 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 da hocken die alle hinten wie soll denn das gehen jetzt wirds interessant naja das ist ja wieder vier minuten das schaffen die hände mal was ist das aber für eine möhre hier jogi genau wie sieht der aus von 6er sein logisch meinst du ne 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 4er das bestimmt weniger jaja irgendwas luschisches 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 japanisch hat ja auch hinten eine japanflagge drauf das ist ähm klasse 4 ja was ist denn das zerstörer oder ein battleschiff ne das ist ein schlachtschiff ach so eigentlich was luschiges ja äh oh hä torpedo oder was ja bestimmt flugzeugträger halt ja steht der jetzt da rum oder mei da geht ja gar nichts das fährt er rück jetzt ooooh oder ne doch ja doch der macht deine moves nach bei dem schiff weiß man nicht aber vor uns hat er rücker ach ja kann aber weit zielen ey 14-3 aber ok ich hatte auch glaube ich einen 4er wo ich ziemlich weit ballern konnte guter man ooooh das rückwärts ding ist natürlich ganz tolle das geht ja vorwärts schießen will auch nicht mehr und nichts getroffen ohne schlecht auch fällt er echt um die insel rum na ok du solltest auch mal deine activation ausmachen ich hab nur der mann gehört aber ich wusste was du gesagt hast guter mann ja ja aber ich muss dich runterstellen ich spreche auch nicht über so lauter ja ist ok mit deiner quietschigen stimme ja keine mutter vielleicht ist es besser ich hoffe ich auch mhm mhm oh es ist nervig alter ich hasse team speak oh fährt er hier noch oder was macht er team speak ist echt das letzte aber dark blue und wollte das maximus brennt es fährt wieder rückwärts meine anstatt er den mal hilft sein einzigen verbündeten noch jetzt kriegt das rein das nur wir jetzt ein unentschieden es ist mein zweites erst so ein schrott da schrottig aber ja wir warten nur auf dich ne ja ja aber jetzt gucke ich mal oben kurz so farbe aus gut Paul komm du kannst dir so eine Tarnung anbringen komm Paul to go mach was ich kann keine Tarnung anbringen ich kann sie noch nie aktivieren aber echt ey Paul warum die weil ich nie so oft spiele wie ihr so wie war das nochmal wenn ich die Kapitäne von einem anderen Schiff auf mein Schiff auf mein jetziges hole da musste gelb musste genug erfahrung sammeln damit alle fertigkeiten normal funktionieren ok ich probier's einfach mal aus wenn's mein Zimmer die du du Bereit Alles klar Dann gucken wir mal Was so geht Was Paul Togo diesmal leistet Nicht Und wieder nicht Boah hier ein 7er oben, Colorado Der macht's, der wilde Fuchs Und Rabberdack Und Tapper Harley Echt? Wo fahren wir denn lang? Auf dem Wasser Dr. Heisenberg, der ist cool B Einfach, wenn wir es können Ja, warum nicht? Meistens fahren sie da außen rum Genau die Weiche, ja Ich fahr zwischen A und B lang Ja, ich auch Durch die Inseln Ich auch Wird zwischen A und B Gut Wünscht mir Glück Glück Dank Wir haben eine lange Weile Jetzt machst du mit dem Abschied langsamer Noch einer hier Du willst keine Breitseite, glaube ich nicht Oder vorne Kannst du gleich holen Jetzt schieße ich nicht mehr Jetzt bin ich zu nah dran Trifft mir eh schon einer da hinten Ja Ja Bisschen auch hin 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 Ey, jetzt reicht's Oh, der war noch Danke, jetzt wurde ich schon entdeckt Bisschen auch hin Du bist quasi verbrannt Von Mr.. Miyagi Mitsugi Und erst mal gleich aus Was ganz zerstört Gleich mal in Mutter zerstört Als Rache Ah, verdammter Mann Ah, verdammter Mann Oh, Gott Oh, Gott Du kannst rio Pixeln denn Torpedos Direkt front Torpedos Direkt front Direkt front Torpedos Na ja, sehe ich schon Oh, feuer not Der Hä? Oh, feuer not Hä? Ist wohl Irgendwie ein Wurf-Wurf Ja, bei mir Anscheinend Los, ich treff dich Opa Hahaha 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 Und so ganz geht's rum Daneben Hehehe Ach, Mann Sie ist da perfekt gefahren Huh Ah Au Einmal Aus Hur Untertitelung des ZDF, 2020